So, nächstes Spielchen und ich bin last picker, eh gut, dann werde ich eh da spielen, aber wir haben einen russischen Spieler dabei. Ja, letztes Spiel, da will ich ehrlich gesagt gar keine Worte drüber verlieren. Drei Spiele, die ich bisher gemacht habe, also die ich aufgenommen habe, sind ganz schön in die Hose gegangen. Die beiden Quick-Matches und das Alle-Helden-Liga-Spiel, Wahnsinn, wie unglaublich schlecht diese Spiele waren. Zweimal das, wie ich finde, ok, man muss dazu sagen, ich habe das Jaina-Spiel auch eigentlich ziemlich verbockt und die Hacker bin ich jetzt auch nicht erfahren genug, um den da mit reinzubringen, aber, ähm, ich habe ihn halt einfach gespielt, weil meine, generell meine Magic Heroes-Erfahrung dann doch schon irgendwie so groß ist, dass ich mir durchaus vorstellen kann, äh, die Helden dann noch zu spielen. Na, jetzt kommt der E-Ming oder der Keters. Dann. Ja, und Keters. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gut Job, das ist schön aggressiv Ah Ja Lass die alte Ehre erscheinen Die alte Ehre sind bereit Nehmt sie ein und zwar schnell So Jetzt aus meinem Ruhl ins Gebiet Ich würde schon was haben sagen Das gegen den Griff beginnt Unsere Türbe nehmen den Rabenfürst unter Beschuss Hm Wie ist das? Ich werde den Rabenfürsten in die Quilzen Ja Scheiße Das hat doch noch draufgegangen Hm Ja Die stimmt leider nicht Ja 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 Wir müssen sie vor dem Zeit veranspruchen Johanna gefällt mir im Spiel Erober dich schnell Oh oh! Oh ok Da hab ich nicht aufgepasst Back! No Fight! Ich weiß nicht was ich in der Mitte Und da hab ich nicht geschlafen Ok! Das war's. 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 Das war's.